Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in Andorra. Und wir fahren aber hier von Andorra nach España und zwar mit 21 Tonnen Gummibärchen. So, jetzt wäre es natürlich ganz nett, wenn ich mal wüsste, wo mein Trailer überhaupt steht. So, einsteigen. Das ist ein Schwarzmüller. Alle anderen habe ich da. Haribo wäre jetzt schön gewesen. Aber nein, das muss irgendwie ein Billigprodukt sein, was wir hier fahren. So, einmal aufsatteln. Irgendwie bin ich nicht richtig drunter, glaube ich. So machen. Hauptsache, ja, passt. So, hör auf zu piepsen. Gerade mal 460 Kilometer. Und zwar von Andorra La Vella in Andorra nach San Sebastian Donastia, España. Okay, auf, wie geht's? Unsere Svea ist natürlich wieder dabei. Sommerlich gekleidet, wie eh und je. Ja, oi. Interessant, ich vorstreck schon gleich hier die Paletten mitgenommen. Mensch, Mensch, der fängt ja gut los hier. Ja, vielleicht, weil ich noch nichts zu essen gehabt habe, aber. Erstmal muss der Herd heiß werden. So. Andorra, enge Kurven. Egal, wir haben es hin. Auch geschafft. Es ist da unten im Bauhaus. Es ist noch relativ leer hier auf den Straßen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir nicht allzu viele Probleme haben. Ich wollte diesen einen Traffic-Mod noch mal ausprobieren. Wenn der mir natürlich für wenig Verkehr sorgt, dann ist das blöd. So. Man kann 80. Diesen Kurven 80. Ihr habt einen Knall. Wie soll denn das hier hin? Das ist... 50 ist schon abenteuerlich. Also ohne, dass ich hier quasi, ich sag mal, die Ommis vom Gehsteig hole, geht das fast gar nicht. 50. Komm, wir fahren mal sachte hier. Wir fahren heute vernünftig. Wir fahren vernünftig. Der Dürr aufzudrängeln. Nein. Deswegen fahre ich auch nicht schnell noch. Vergiss es. Ja, hier sollte man schon so ein bisschen sinnig fahren. So. Wir bremsen und blinken. Wenn wir das nicht tun, dann hängen wir nämlich gleich da beim Nachbarn in der Büsche. Sag mal, du hast doch die ganze Zeit nicht funktioniert, oder? So sehe ich die jetzt eigentlich nicht. Könnt ihr die vielleicht noch höher hängen hier? Da musst du aussteigen, um die Ampel zu sehen. Unglaublich. Jetzt nicht mitnehmen hier. Genau, fahr mal drei Meter zurück. Und lass Papa mal durch. Warum haben die die Ampeln hier so hoch? Die werden mal hier stehen. Dann siehst du das Ding ja nicht mehr. Schon wieder so ein oller Schwertransport. Mit dem Ding durch Andorra. Jawohl, ja. Ja, es kommt voll gut. Die Ampeln hier sind unglaublich. Genau, schnell weg hier. Ich habe einen Bus gesehen. So. 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 Ui, da rödelt der. So, ja, 441 Kilometer. Nicht gerade die Welt. Aber je nach Streckenführung eventuell ein Abenteuer, weil ich gerade sehe, dass wir eigentlich genau da runter müssen, wo wir hochgekommen sind. So, mal schauen, ob ich den Trailer wieder den Abwunsch nenne. Oder ob das diesmal besser klappt. Ei, ei, ei. Wir haben zu viel Kraftwerk. Wir haben zu viel Kraftwerk. Kann ich hier rum? Tatsächlich. Ich kann hier rumfahren. Jetzt darf ich. Ist ja geil. Genau, schön vorlassen, bremsen, fisch gut. Ich glaube, der hätte Vorfahrtkameran. Die nehmen mir so oft die Fahrerfahrt hier. Da ist mir das noch alles völlig schlade. Da fahren wir noch komplett in diese Abenteuerstrecke. Und schon werden 400 Kilometer zum Abenteuer. Jawohl, ja. Dann, die wollen das langfahren. Nicht besser, oder? Schön vorsichtig rum. Hier raus, ja. Ich überlege gerade, wenn ich mir das hier so betrachte, ob ich nicht besser einfach geradeaus weiterfahre. Komme ich da unten auch an? Das ist vielleicht... Was ist jetzt besser? Ach, komm. Echt? Wir haben jetzt mal scheiße gebremst hier. Mann, Mann, Mann. Wir fahren jetzt hier runter. In der Hoffnung, dass wir heile da unten ankommen. Ja, wer hier überholt, muss schon lebensmüde sein. So lange wie nichts von vorne kommt, schneide ich auch eine Kurve. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn hier ein Bus kommt, ist eh alles im Arsch. Weil ein Busfahrer hält nämlich näher an. Da sind das sonst so Bremsen, die so qualmen, oder hier ist nebelig. Genau, schön durch die Wiese. Ich sehe gerade, die andere Strecke wäre auch nicht besser gewesen. Von daher, alles gut, wie wir es gemacht haben. Man kann sagen, wo ist meine Maus? Man kann es sehen, würde ich hier. Wäre ja alles schick, ne? So, Nächste Kreisel. Ey, sag mal. Ich stehe heute ein bisschen hart an der Bremse, glaube ich. Und eng ist das hier. Meine Güte. Ich mag es ja eng, aber nicht hier, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der an uns vorbei? Ne, natürlich nicht. Fahr bloß nicht einen Meter zurück. Das ist eine Strafe. Aber ich weiß nicht, ich wollte es mal wieder tun. Ich wollte es mal wieder tun. Aber gut, wir haben ausgeschlafen, wir haben getankt. Baustelle hingebaut. Und ja, ich sag ja, das letzte Mal, wo ich hier war, hatte ich die ProMods noch nicht, aber die Straßen waren genauso eine Katastrophe. Was ist denn heute los, Mann? Natürlich auch wunderschönes Städtchen. Wo müssen wir entlang? Da können wir nicht. sind ziemlich blöd, die Markierungen im Kreis. So, ich glaube, jetzt können wir ein bisschen flotter. So, von vorne kommt es. Das heißt, das hier können wir noch mal ein bisschen Gas geben. Diese Kurve nicht mehr so, glaube ich. da, 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 da. Ja, landschaftlich immer noch super, super, super schön. Und man sieht noch so, denke ich mal, die Liebe ins Detail, die hier sehr wahrscheinlich auch von der ProMods stammt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das so hier so schick und klasse ausgesehen hat. Aber ihre Häuschen haben sie gut gepüncht. Das muss man ja mal sagen. So, da kam nichts. Da kommt jetzt alles was. Es ist mir egal, es ist mir egal, es ist mir egal, es ist mir egal. Ich glaube, bis jetzt haben wir auch noch alles heile gelassen. Oh, schon wieder so viel Kurven. Es darf nicht angehen. Gut, dafür werden wir natürlich mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. nom. Hum. Warum baut man eigentlich solche Straßen? Na gut, okay, hier geht es berg an. Das muss irgendwie schon passieren, aber. Ja bis jetzt sind wir noch heile, mal gucken wie lange noch. Sind Pferde abgehauen? Genau, du musst die überholen. Ist auch nicht ganz frisch oder so. Unglaublich. Unglaublich. Noch so ein Irrer, ja genau. Ihr seid doch nicht ganz knusper, Freunde. Ja. 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 Ja Mensch, wenn man sich so auf die Straße konzentrieren muss, hat man keine Zeit zum Reden. Und wenn ist das tatsächlich? Mann, musst du das eilig haben dahinten. Und er versucht, man kann doch nichts sehen, aber er muss überholen, das ist unglaublich. Ja. 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 So, hier fahren wir gerade rüber, ich weiß gar nicht, haben wir Vorfahrt, haben wir keine, Ja, wenn es kracht, haben wir Pech gehabt, wach? Kommt vor dann, ne? Wir sollten gucken, kommt nichts, okay, umso besser. In Toulouse, Pau, keine Ahnung. Ja, aber straßentechnisch mal was ganz anderes irgendwie, ne? So, eure Gummibärchenrücken näher. Mal schauen, was sonst noch, es ist aber nicht wahr, dass wir jetzt hier bei 400 Kilometern oder sowas tatsächlich einmal pennen müssen, oder? Das habe ich jetzt eigentlich so nicht geplant. Ja, Mensch, geschmeidig unterwegs. Ja, ich glaube, wir fahren zu schnell. Ich habe die Kurve echt unterschätzt, zugegeben, ein Fahrfehler von mir, definitiv. Aber solange wie alles heil ist, zählt nur der Spaßfaktor an. Aber das hätte eben echt schief gehen können, mein lieber Mann. Schlecht für meine Gummibärchen, aber schön für euch zur Unterhaltung. Müsst ihr mal unkrautig gehen. Na, nicht hängen hier. So, 244, oje, Policia, wollt ihr uns anhalten? Oh oh. Ich sehe Bremsen am Polizeiauto. Wir wollen uns bestimmt stoppen. Können wir denn durch hier, das war so durchfahren, nirgendwo war. Ich will eigentlich... Mässt du mich rechts vorbei oder brauchst du mir gleich alles klein? Fährst du ein bisschen... Hm. Hm, okay. Hier haben sie die Straßen offensichtlich neu gemacht. Sehr löblich. Ich hatte eine Gelegenheit, ich hätte da auch gleich die Hügel rausfräsen können, ja. Immer noch 221 Kilometer. Das ist schon extrem, ja. 90 darf ich. Schön unter dieser herrlichen Brücke durch. Wow. Und wir rollen. Also ich bin 446 Kilometer mal in kürzerer Zeit gefahren, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das bringt das hier dann so mit sich, wenn man dann diese schmalen Bergpässe fährt. Jo, schön geschmeidig. Wir sind einfach mal so frei und mogeln uns rein. Vollidiot. Jetzt fährt der Trollfleisch. Ich habe Angst vor Busfahrern. Die sind unberechenbar. Ich merke es hier in Berlin schon bei einigen Fahrern. Die fahren wie die Chaoten. So, wir fahren geradeaus weiter. Noch 150 Kilometer knapp vor uns. Ja, die schaffen wir jetzt auch noch. Genau, hau ab. Das habe ich zwar nicht geguckt, aber... Haben so ein paar Hänger drin, aber ich glaube, das könnte daran liegen, dass ich meinen Webbrowser im Hintergrund auch offen habe. Das könnte so sein. Mercedes Sprinter. Mercedes ist hier viel unterwegs, auf jeden Fall. So langsam ist doch jetzt ein Ende zu sehen. Mensch, 101 Kilometer, da hinten zieht es sich zu. Vielleicht kommen wir bei Regen an. Was hatte der drauf? Fässer? So groß? Tanken brauchen wir nicht. Aber wenn man überlegt, dass wir sonst 800, 900 Kilometer gefahren sind, jetzt hat der echt hier nach 450 Kilometern schon Müdigkeitspunkt erreicht. Das ist schon... Ja... Ich frage mich, wonach das geht. Nach Zeit oder nach gefahrenen Kilometern ja offensichtlich nicht. Ich frage mich. Das ist schon... équal 담at. Nach auch. Und meinen Namen. Ich frage mich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Fahren wir hier rum? Nein, tun wir nicht. Das ist natürlich die Frage. Okay. Jo, wir haben uns vertan. Das, was wir jetzt gemacht haben, macht man normalerweise nicht. Was heißt normalerweise? Das macht man gar nicht. Aber der Kollege war so freundlich, hat angehalten, hat natürlich vollstes Verständnis für uns. Ja, wir sind ja ortsfremd, wir kennen uns hier nicht aus. Und das versteht er natürlich, dass wir da mal so fünf Meter zurücksetzen. Und da wird dann auch respektvoll natürlich angehalten. Und ja, das sind eben LKW-Kollegen. Pkw-Fahrer hätte das schon längst gehupt. Das ist so. Und so haben wir einen riesen Umweg gespart. Haben uns verkehrswidrig verhalten. Passiert. Was fahren die da durch die? Warum fahrt ihr eigentlich ständig links? 50 Euro. Davon hätte ich mit Svea schon wieder lecker essen gehen können. 50 Euro. Leck. Gourmi, wo sind wir überhaupt? Wenn du uns anbuffst, mein Freund, Entschuldigung, dann hole ich euch aus dem Auto. Muss ich jetzt hier geradeaus oder wieder zurück? Mann, überhol oder lass es bleiben. Leckt's mir doch eine Füße. Oh, was ist das denn? Ich möchte hier durch. Ich dachte, das geht jetzt von alleine auf, aber... Wie? Null Euro bezahlt? Ja, das ist der. Ich habe eine Null-Euro-Münze. Ja, ein nettes Verkehrsgewehr da auf der rechten Seite. Ei, 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 ei. Jetzt haben wir uns nicht verfahren. Das wäre jetzt, glaube ich, auch schwierig, rückwärts diesen Hügel hoch. Fahr, du Eimer. Ah, guck mal. Ach so, Wohnwagen. Ich wollte gerade sagen, die Polizei und will blitzen. Nee, der ist mit seiner Wohnung hängen geblieben. Ja, hier bin ich jetzt das erste Mal. Sehr schön gemacht. Ach so. Hier können wir nicht. Das sieht gerade aus, auch wenn wir es gerne gewollt hätten. So, und jetzt hier hoch. Oh. Jetzt sind wir doch hängen geblieben. Kriegen wir ihn frei oder nicht? Ich glaube, wir bewegen uns, ja. Ja. Na, komm schon. Ja, machen wir ein bisschen schön. Wo hängen wir eigentlich dran? Jetzt geht's vorwärts. Jetzt haben wir doch garantiert eine Macke auch in der Ware, oder? Nee, immer noch nicht. Das sehen wir gleich beim Empfänger. So weit ist es nicht mehr. Scheiße, was auf dem Linken habe ich jetzt keine Lust zu. Das kann nicht angehen. 460 Kilometer und der ist müde. Wir fahren jetzt den letzten Rest extrem vorsichtig. Nicht, dass unseren Gummibärchen noch was passiert. Also ich denke mal, das mit der Müdigkeit, das muss irgendwie nach Zeit gehen. Und je schneller man fährt, desto besser ist das. Und das hat dann auch so den Anschein, wenn man jetzt so anstrengende Strecken hat, wie jetzt meinetwegen diese Bergtour, dass er da natürlich auch schneller ermüdet. So. Wo fahren wir denn am besten lang? Da rum oder geht's da hinten rum? Jetzt müssen wir halt mal gucken. Und ich kann mich erinnern, es gibt eine Lagerhalle, da ist es extrem blöde, wenn man von rechts kommt. Aber hier geht's gar nicht anders. So, und jetzt kommen wieder Papas Einparkkünste. So, und jetzt kommen wir mal. Ah ne, andersrum lenken. Andersrum lenken. Ich möchte gerne perfekt einparken. So. Ja, perfekt. Nichts kaputt gefahren. Basisvergütung, Erfahrungsbonus. So, mehr gibt's nicht. Ist ja nicht viel. Aber okay. In diesem Sinne, dass wir das geschafft haben, verabschiede ich mich von euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.